I got four cars and they all black, got four bras and they all that, we call that, ballin', doin' this is my callin', flow is... Ha, ha, hao, yo, bloß mo, bloß mo, bloß mo, bloß mo, yo, Leute, jetzt kommt's in meinem ersten Video hier auf, Tchum Tchum. So, jetzt geht's hier aber mal gewaltig los, meine Damen und Herren. Guckt euch einfach mal meinen Arsch an, genießt einfach, stopp mal, ist alles, stopp, und guckt euch mal einfach diesen Arsch an. Alter, scheiße, ich will dieses scheiß-kack-Auto da haben. Bitte, 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 bitte. Was? Kann man auch mal machen, ne? Was? Ein Hodensack. Ja! So, ihr knallt jetzt nicht in mein Auto rein, bitte. Stopp. Super, danke. Und da geht mein scheiß Reifen kaputt. Was mach ich noch falsch? Mein Reifen! Yeah, oh. Leute, kann mir das irgendwie nicht hier nett klären oder so? Ich will doch nur reden. Oder auch nicht, ja? Ich glaube, dieses Auto ist etwas chilliger. Nein, nein, ich hab gesagt, das andere Auto, bitte. Dankeschön. Könnt ihr mal aufhören zu piepen? Nein, was ist denn hier jetzt bitte passiert? Ich hab, ihr habt's gesehen, ich hab nix gemacht, und mein scheiß Reifen geht wieder kaputt. Oh, ich raste gleich komplett aus. Wir wollen jetzt erstmal hier in die Innenstadt und suchen uns erstmal eine schöne, saftige Freundin. Ach, hier ist ne Beachparty da hinten? Und ich wurde nicht eingeladen. Das müssen wir jetzt natürlich, äh, ändern. Na, mal schauen, von wem die Beachparty ist. Leute, ich bin's, hallo, na, wie geht's? Ach, Günther. Günther, das ist deine... Oh, ups. Ich will doch nur geliebt werden. Okay, wenn ihr mich nicht lieben wollt, dann ließ der Sterben jeder Einzelne von euch Bastard. Okay, die böse Lache muss ich noch üben. Das war jetzt, ähm, nicht wirklich so geplant, wie ich, äh... das wollte. Aber es ist natürlich eine Variante. So, Leute, das war's jetzt mit dem ersten Video hier auf JumJum. Und ich hoffe, euch hat's gefallen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mit da ein Like da, damit ich's auch weiß. Und natürlich schreibt auch gerne irgendwelche Verbesserungsvorschläge in die Kommentare oder auch irgendwelche Spiele, die ihr vielleicht hier auf meinem Kanal sehen wollt. Sorry, dass das Video nur so kurz geworden ist, aber ich hab das jetzt eher nur so als Probe gemacht, um zu sehen, wie es ankommt, ob es euch gefällt, ob ich weitermachen soll oder ob ich's einfach lassen soll und diesen Kanal einfach löschen soll. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch gefällt's auch. Ähm, schreibt's natürlich gerne in die Kommentare. Und ja, ich freu mich auf zukünftige Videos hier auf diesem Kanal. Und, ähm, Leute, JumJum is out for now. Macht es gut, Arifitechi. Und, ähm, bleibt so hot, wie ihr seid. Ihr wisst Bescheid. Oh, das hat sich gereimt. Oh, damn. 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 Entschuldigung. Macht es gut, Leute. Liked natürlich, ne, das Video. Liked nicht vergessen. Danke. Okay. ы